Das Monster killt schneller. Ist klar. Jagd. Niemand Rettung. Nimm doch Jagd! Das ist Kevin, der Rettung will. Lass mich, ja? Du wäre immer schön. Nein. Die bitte? Die bitte? Alter, nee. Hast du diese Fische? Der ist doch ein Rotz, ey. Jetzt haben wir schon gekackt. Aber ne Frage, ich hab mich versteckt. Wie kannst du mich überhaupt sehen? Du wirst mich doch nicht. Was? Doch, ich kann nicht sehen, wenn ihr die Eier angreift oder so. Also immer, wenn ihr Aktionen macht, sehe ich eure Lebensbalken. Und von daher konnte ich euch ganz leicht finden, auch ohne zu riechen. Ich hab mich mal versteckt und du hast mich trotzdem umgefunden. Ja, du hast irgendwas gemacht. Ich hab deine Lebensbalken gesehen. Unsichtbare Leute sieht man, Marvin. Nur so. Du standest mittig zwischen den beiden gefallenen Umkehrenkräften, du hast einfach beide an und du hast den aufgetroffen. Nicht da! Sondern weiter vorne. Hab mich versteckt vor ihm und er sieht mich ein. Na, geht ein Wetter. Ich find das nur so toll, dass ihr euch streitet, weil ihr euch uneinig seid. Ihr seid ein Team, Mann! Warum versteht das nicht? Ja, Jan! Ihr habt uns einfach zurückgelassen. Ja, passiert halt, man muss halt auch verbringen. Ja, das ist typisch Team, jeder für sich selbst. Ja, das ist Teamarbeit. Alle für einen. Aber keiner für alle. Alle für das Monster. Tötet es! Tötet es! Nein! Doch! Nein! Das Nervenmonster! Das Nervenmonster, das einfach so eine riesige Wand vor deine Fresse setzt. Ich hasse dieses Monster. Warum? Und spielt es einfach. Pickt einen von uns raus und baut eine riesige Wand einfach. Ja, so funktioniert Behemoth halt. Immer mit der Wand arbeiten. Schöne ist, wenn ihr halt gerade noch in der Höhle seid, dann erstmal hier Ausgang zu machen. Ein Klasse 3 Sturm. Und so, ich komm dann erst wieder, wenn ich Level 3 bin, ne? Nö, ja. Ja, ich seh dich schon wieder, hallo! Oh Mann, dieser Bug ist für'n Arsch! Ich seh auch den Sturm, hallo! Was? Du bist so ein Hacker. Was? Ich seh auch den Sturm, ich gucke in den Himmel. Wie weiß ich einfach, dass unsere Waffe schon steht. Kevin, ich kann über hier rüber laufen. Alter. Was? Du musst sagen, wo Kevin hinläuft. Nein, 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 das wirst du gemein. Das wirst du doch eh. Das wirst du gemein. Nein, das wirst du. Hey, ich fahre runter! In die Richtung des Feuers. Doch, wir passen einfach an, wenn du vorbeirast. Ohne Fallschirm. Ich hab keinen Fallschirm gehabt. Was machst du denn? Alter! Du bist damit ja nicht... Der Himmel ist zu schnell. Der rollt... Kevin, wir kriegen dich. Alter, im Gegensatz zu dem... ...Roni hat es damit zu dem mal weitergegeben. Was heißt, ich bin zu schnell? Ich fresse in der Zwischenzeit. Boah, die schubbelt erstmal jetzt schon. Also diese erhöhte Fressgeschwindigkeit sind's wirklich. Ich höre ihn. Ey, ihr wollt mich doch nicht ärgern. Lange habt ihr denn echt auf die Nerven. Passt die Klitschen in den Boden rein. Tut mir leid. Kann ich auch was dafür. Hilfe! Ich sterbe! Ja, was stirbst du jetzt? Mach... Mach... Mach dich doch so. So ein riesiges Ding. Guck mal da unten, Marvin. So, wenn ich jetzt... Jetzt kann ich jetzt... Jetzt hab ich einen verloren. Ach! Du kannst dich einfach nicht wegziehen. Erlebt! Leute... Ich helfe euch die ganze Zeit! Lass mich aber vom... Bisschen enttömen. Alter, Meg, deine Leben sind doch ganz normale, oder? Deine Augen nicht besser was, ich dir das noch weniger. Oh, das sind deine Augen nicht besser was, ich dir das noch weniger. Ich wurde so angebissen bevor. Na versteckt dich doch mal. Du rennst mir leid. Du kommst mir auf, hier noch mal gefallen, hier. Ich hätte selber Probleme mit diesen Scheißfantum. Oho! Meg, du stirbst gleich wieder. Ab ihn! Meg, du hast keine Leben, wir sind froh. Echt? Wir... Wir sind doch vergesagt. Nein! Ich würde dich schon die ganze Zeit versuchen. Ey! Verpissst du dich mal! Der kann nicht weg! Warte noch. Ja! Du hast die ganzen Berge weggemacht. Ich wollte grad drauf landen. Äh, Maren? Kannst du dich wieder vor mich stellen, damit ich Heilung krieg? Freu dich. Ich bin tot. Du hast den Schaden. 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 Ich hab nix. Schild. Ne, ich hab nix. Schild! Ich hab auch... Ich hab dich gedrückt, aber der, sie hat dich blockiert. Oh, Alter! Oh, Alter! Als ob! Ich will alleine kämpfen! Mit dem! Mit dem! Dein Ernst! Ne, ich schwitzig! Orbitaltrop, Leute! Hallo! Ne, ich sterbe, Leute! Scheint sich zu wissen, dass einer... Nur mit deiner Scheißzunge! Weißt du das? Schild, Basti! Hab ich nicht! Hat noch cooldown! Nur mit deinem Scheißschild, weißt du das? Korrekt jetzt! Dimm mal nicht eine Minute. Schaffst du das? Nein! Ne, der kann mich ja mal wieder erleben. Dann kann ich nicht. Hast du das jetzt jetzt nicht sagen sollen. Jetzt kann das nicht mehr. Riss! Du kriegst du das Rass in der Schaden? Ja, kriegt er auch. Außerdem machst du ganz schön viel Schaden. Ich mach keinen Schaden. Ohne... Wenn ich nicht stehe. Dammt! Der riecht mich ja verdammt schnell. Oh, ist nicht gut! Ja. Dominik hinter dir ist ein Ding, was dich eingreift. Die fliegen erstmal nicht. Riff, Dominik! Riff! Hinter dir, Dominik! Loll! Ha, 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 ha! Dominik hat sich schon verdammt. He! Marvin! Du hast gar nichts gemacht, wie ist das zu mir? Wie gar nichts? Das alteste Leben, was er verloren hat, hat er durch mich verloren. Nein, das stimmt. Ja, Marvin ist Heiler. Er hat eine andere Aufgabe. Supporter! Ich hab alles geheilt, was geht, aber ich war der Erste da drauf... Ich hab von oben drauf geschossen, der konnte nicht machen. Was ist? Ich konnte nicht machen, ich hab nur von oben drauf geschossen. Warte mal, wie nimmst du das mal zu... Wir sind halt nur direkt von Monster stehen, was um effektiv zu sein. Ich dachte, schön ist sie, die Errungenschaft entwickelt dich ohne Leben zu verlieren. Wieso? Ich weiß nicht, ist schön. Ja, warum ich das mal was? Ich entwickle mich ohne Leben zu verlieren. Wow. Riss macht mehr Schaden, Schnappzucker hat höhere Reichweite. Ja, wenn auch 1 XP fehlt mir fürs nächste Level. Ja, ja. So muss das. Ihr wolltet Jagd, ihr habt die Jagd bekommen, wie ihr sie verdient habt. Alter... Ja, Basti und Malcolm waren ja schon tot bevor ich überhaupt gekämpft habe. Ja, er hat mich auch sofort hintergehauen. Ja, du hattest genug Null Leben. Marvin, tut mir leid, ich bin verliert. Ich bin verliert.